Okay, weiter geht's. Ich werde heute nur zwei Parts aufnehmen, also das ist der dritte Part für heute. Dann reicht es auch für heute. Mit Gianna Sisters. Manchmal freue ich mich, warum das nicht klappt mit dem Headbutt. Boah, das war knapp. Geschafft. Ach, das wird auch noch lange dauern. Ich glaube, das war ein sehr kurzes Pro-Sett. Weniger als zehn Parts, würde ich mal sagen. Okay. Die Musik ist einfach geil gemacht worden. Okay, den ersten Kristall hat ich. Den zweiten hat ich. Okay. Ich scheiße auf euch. Das war knapp, aber richtig. Nächste Stage. Ja, ich ruach schon wieder durch, aber naja. Ich glaube, diese 5000 werde ich niemals bekommen. Da müsste ich wirklich jeden einzelnen von den Wichskristallen hier sammeln. Die Mucke ist einfach geil gemacht. Man kann echt damit chillen. Was ist das für ein Blob? Ganz ehrlich, Leute, hier muss ich zugeben, die Musik und die Mucke ist geil. Es ist etwas vielleicht zu laut, aber... Genieß das einfach. So ein Spiel, du willst es. So ein Spiel tritt man auch nicht jeden Tag. So ein Spiel tritt was sage ich. Ich nehm mal so ist das, dass ich nicht so... Sehr kurz so zu Stacious, würde ich mal sagen. Oh, ich hätte, dass diese Untergrund-hmmit war geiler. Finde ich jetzt. Och. Die will ich von diesen Monstern schon gekillt habe. So muss es sein. Ich bin ein Sniper. Wie viele Minuten nicht alle ist, die ich hatte. Der Rohama. Was vor dem zweiten Part passiert ist, warum so schlecht war? Keine Ahnung. Oh. Ich kann echt mal wissen, wie lange es dauert, dieses Let's Play. Ich bin einaudienceer. Mal sehen. Ah. Okay, weiter geht's. Ähm... Okay. Oh, ist klar. So, muss er sein. Okay, kommt da irgendwo ein roter Kristall auch raus. Hoffentlich. Geschafft. Okay, vorletzte Stage. Ich freu mich echt, wie ich da hochkommen soll. Oh, das war eine Miese Falle. Okay, den ersten Rahmen bin ich. Aber ich hab den ersten. Oh nein. Boah, das war knapp. Okay. Okay, wenn ich glaube, was gut ist davon. Okay, ob ich das jetzt schaffe? Hm, komm jetzt. Okay. Okay, damit hab ich den Zweiten auch schon. War zu überfü- äh, übereilig. Ich hoffe, das wird nicht zu meinem Verhängnis. Okay, geschafft. Jetzt bin ich bei der Burg. Okay. 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 Das war echt mal fail. Oh, komm jetzt. Ich darf jetzt nicht so unnötig lebendig verschwinden. Okay, ich glaube, ich gehe jetzt weiter. Okay. Oh, komm jetzt. Oh, unnötig jetzt. Diese Scheiße. Boah, das war knapp. Wie geschafft. Boah, das war knapp. Boss oder was ist das? Was ist das? Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hast du ihn besiegt? Anscheinend schon. Secret Level wieder frei. Okay. Über ein halbes Mal. Geil, muss ich. Ah, geschafft. Ich glaube, diese Welten sind nur da, um diese Münzen, die sich Kristalle zu sammeln, meine ich. Okay, nächste. Oder ich glaube, ich mache heute vier Parts nur. Okay. Wie komme ich da hoch? Ah. Okay. Ah, das geht wieder schnell. Das Spiel macht echt Bock, muss man sagen. Okay. Ich habe nur zwei gefunden. Oh, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Okay, ich bin jetzt gerade verwirrt. Okay, komm mal. Ich mache die gleich nochmal. Ich will wissen, was jetzt da gemacht werden muss. Aber erst im nächsten Part. Ich hoffe, ich hoffe esabilir.